hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen folge mineware auf dem cubecraft server zusammen mit der suppengabel und mir das ist ein modus wo einfach so ganz viele kleine mini spiele kommt und wer die meisten mini spiele am besten abgeschnitten hat bis dann am ende der gewinner hole in the wall hole in the wall was in hole in the wall was so ja very easy ball das ist so schwer ich bin ins wasser gekommen wie ist runtergefallen so unfair kann ja keiner was ja ja track server alter track spielmodus die achten nicht auf andere spiele dass sie nicht darauf gehen ich habe gewonnen nein das nicht explosiver bogenkampf ich bin aber auch dumm verloren noch nicht aber gleich wahrscheinlich angelo hier oh erfolg 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 kakteen schlag ach du heilige man muss sich in die kakteen ballern ich dachte ich muss die kakteen schlag alles von alle verlierer als alles loser hier dachte versagt ja fight and sleep ja 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 ich habe eigentlich die monster nicht bekämpft ich habe nur da gestanden und die ganze zeit das war ein opfer noch was wir jetzt machen parkour achso sonst nichts oder was ich bin alle im weg ich bin alle im weg oh angelo ich habe direkt die abkürzung genommen ich bin da direkt rüber gejabbt ohne den chamber nein du hast mich du kleiner kecko du ich bin pv kreis warum ich erstmal nur mit dem bogen weg holen du Affe sowas kommt jetzt sumo smash oh ne ja angelo mach dich mach dich mach dich hab du pisser geflohen alter wer wenn du kannst du ja rumgereicht wurde oh erfolg hätte ja gefühlt jeder gewonnen was kommt jetzt ja habs habs auch wow also ich bin doch direkt an der leiter gespawnt eigentlich ja sind wir alle angelo wenn du es so nimmst ne ich war schon auf der leiter drauf gefühlt mein ohr mein ohr ja mein was musst du denn meinen irgendwas hast du mir einfach nur gemeint ich hab glaub ich 3 diamonds oder so ja ich hab auch ich hab so keine ahnung 6 diamonds gesammelt finde den knopf oh ne sowas hasse ich ne ja angelo könnte das ist ein friedlicher modus könnten ab in ja nein das geschieht dir recht nerd pole reach the platform hm welche plattform hä wie was soll ich machen ich hab gar keine blöcke ich hab gar keine blöcke ja du musst da welche holen oh wow wow ich hab nicht gecheckt was ab ging mal jemand dass da man was uns da blöcke holen muss finneis oh ne das ist so ein scheiß ja 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 finde den sapling ja hier sind alle bei euch ne hab du musst aber den normalen ich bin direkt vor allem gespawnt also jungen hier steht ja schon hier wo ich bin immer noch hier unten ja ich war auch noch drinnen schwimme zur plattform oh ne ich bin ich bin gefangen ja ich wollte ganz runtergeballert ich bin weg ich bin aus dem server raus ich auch hä das wars mit der ersten folge what the fuck